Herzlich Willkommen zu einem Deck Opening. Und zwar mache ich diesmal 13 Platin Decks und 26 Gold Decks auf und mal gucken was wir darin ziehen, dass endlich mal wieder ein Solavideo kommt. Ich übe nämlich gerade ein bisschen. Die Dinger kaufe ich nicht. Ich finde das ist zu teuer. Heldenhafte. Shade Tech Transform Grün Laser. Fängt ja eigentlich relativ gut an gerade. Schon ewig keine Decks mehr aufgemacht. Also nicht mal Bronze Decks oder sowas. Gold Skin. Für eine Waffe die ich nicht besitze. Noch keine Legendäre dabei. Eine Heldenhafte. Aber ein paar Legendäre wären ja auch schön. Immer so ne Scheiß Decks gerade. Was ist denn hier jetzt los? Okay wir brechen das jetzt mal kurz ab und gehen schon mal ein paar Platin Decks rein. Drei Stück oder so. Ein bisschen Abwechslung. Gold Skin. Das ist aber Silber oder nicht? Naja. Machen wir jetzt noch das und das danach auf. Mal gucken was drin ist. Dann gehen wir wieder zu den Gold Decks über. Jetzt machen wir die restlichen Gold Decks auf. Legendäres. Albtraum für die M468. Habe ich den schon? Ich glaube nicht. Muss ich den schon mal nachgucken. Kommt schon noch ein paar legendäre. Oder heldenhafte. Silber Skin für die K. Jetzt habe ich auch einen Skin für die K. Das ist cool. Das finde ich gut. Weil da hatte ich noch gar keinen. Noch sieben Stück. Soll ich es riskieren? Komm ich mache das einmal. Ja. Hätte ich mir auch sparen können. Ich habe die Waffe gar nicht. Ein legendäres, was ich nicht freischalten muss. Die Shade Tech. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ich glaube nicht. Naja. Wieder ein legendäres. Desert Eagle Laser. Albtraum. Das ist mal was Neues. Wieder Desert Eagle mal was. So. Auf gehts zu den Platinum Decks. Mal gucken. ino Cool. Ja. Komm schon. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Gold Decks viel besser sind. Adler für die Scout Pro, ja toll. Für die normale Scout wäre, hätte man es ja noch mal sich angucken können, aber für die Scout Pro nicht, weil ich die gar nicht habe. Ey, was soll denn das jetzt? Wieso kriege ich denn keine guten? Zweimal den gleichen Schalter für zwei unterschiedliche Waffen, klar. Tiger-Skin für die MPT-76. Das ist gut, aber die MPT-76 habe ich leider auch nicht. Adler-Skin für die Dragunov. Naja, Dragunov habe ich auch nicht. So, ich würde sagen, ich kaufe mir noch ein paar Decks. Äh, was ist super Platin-Deck? Es gibt fünf zufällige Karten, außer es war es. Und Sticker mit Platin-Deck-Rates. Ähm. Ja, das ist jemanden. Ja, toll. Was soll ich mir holen? Raptor garantiert. Ach, ich hole mir noch. 13 Platin, nee, Platin, Platin nicht. 13 Gold. Und die mache ich jetzt auch auf. So, mal gucken. Ach, jetzt habe ich wieder das Problem, dass... Ja, komm. Ja. Okay, ich mache keine Karten, verdeckten Karten mehr auf. Das bringt nichts, wenn ich nur Sachen kriege für Waffen, die ich nicht besitze. Red Wolf? Schalldämpfer für die AK-47. Eigentlich mal was für eine Waffe, die ich habe. Die mache ich diesmal nicht auf. Wäre bestimmt wieder was rausgekommen für eine Waffe, die ich nicht habe. Jetzt kriege ich nichts Gutes mehr, oder was? Na, für die Auge-Tiger-Skin. Naja. Das war es schon wieder. So, ich kaufe mich noch runter auf 30.000. Denke ich mal. Mit Golddecks. Ne, ich mache die 6 Nutzungen. Da kriege ich nur wenigstens eine mehr. Und dann mache ich die gleich auf. Einmal noch. Ja. Sieg, ich mache die 6 Nutzungen. Okay. 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 Wie viel habe ich noch? Könnte ich jetzt nicht so schnell gucken. Ja, das ist das letzte. Und da ist das Legendäre wieder gesperrt. Komm, das mache ich noch. Und dann beende ich dann auch das Video. Chris Vector Raptor Skin. Na ja, das finde ich in Ordnung. Gut. Ich habe mir auch noch das Butterfly-Messer gekauft. Falls es jemanden interessiert. Und dann gucke ich mal kurz noch Kasten und die ganzen Waffen durch, was ich da gekriegt habe für Sachen. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Okay. Für die DSR hatte ich diesen Laser gekriegt. Okay. Für die OMP habe ich einen besseren Skin. Na ja. Ich mache es nur, weil es legendär ist. Ähm, dann habe ich den Laser. Gut. Und das Visier. Und ich mache mal wieder den Skin drauf. Das sieht ganz okay aus. Jetzt hatte ich hier ja einen Skin gekriegt. Das ist okay, finde ich. Das sieht cool aus. Und dafür habe ich nichts Besonderes. Hierfür habe ich was Besonderes. Na ja, habe ich wenigstens einen Skin dafür. Und... Ja, jetzt fehlt mir nur noch ein Visier. Hier hatte ich den Laser. Den packe ich mal drauf. Und dann habe ich hier... Ja, na ja. Also hier ist ein Mecher. Ich wechsle mal auf den Albtraum. Ska ist es eher... Gut. Mehr habe ich, glaube ich, nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und dann mit einem neuen Burschenons Cent Ruspann schon. S campaclub nicht 차 gefolge nach partnership motive. remember Frageabague mal plus ich bin. 19 wird es deshalb sorry. Servus.